Papa noch mal wieder Osterhäuser macht? Was hat der für Ohren? Was hat der für Ohren? Ich. Ich hab gewonnen. Okay, wie alt bist du geworden gestern? Vier. Vier Jahre. Super. Und war das ein schöner Tag? Ja. Und morgen kommt? Das ist richtig. Genau. Und dann gibt's wieder? Das ist ein schöner Tag. Das ist ein schöner Tag. Okay.